so rapid gegen southampton du spielst die bayern genau da haben wir es wieder 3 zu 1 hat southampton gewonnen leichten vorteil hier auf dem nimmel Oh, es war. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bleibt trotzdem so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, für Rapid wäre es das zweite Halbfinale. Für Salthenten das dritte. Nein. Nein. Ja. 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 und wieder alles bei 0 so, zwei defensiven werden kommen also, was ist denn, was ist denn so? was ist denn so? der nächste, Bleiband nein, der jetzt der über mich lust freude sorry aber Leiband war es auch, hört ich bin wieder auf Drogen passt oder wie? ahahahahaha ich bin schon wieder lustig ah, war es doch gar nicht ein Taktiker Ja, oder? Ja, eine Viertelstunde noch. Alter, Alter, ciao. Und noch! Ich glaube, jetzt ist der Deckel drauf. Nein. Mit ihm und Southampton, das Zweite. Ja. Wahnsinn. Oh ja. Ich hätte mir das nicht gedacht, nach diesem zehnten Turnier, dass dieser Rekord so leicht in Gefahr sein wird. Ja. Vor allem, weil es dort mehr Spiele waren, glaube ich. Nein, da waren nicht gleich viele. Ich glaube, es waren nicht gleich viele. Ja, gleich. Also mannschaftlich gesehen, glaube ich. Ja, das schon. Ja, das stimmt. Das war noch mehr Mannschaften. 26 hat den Rekord ergattert. 25 hat Longitz in Lauf und Wettbewerb. Und zwei Spiele kommen ja noch auf ihn zu. Minimum. Minimum warm. Ja, was ich gerade merke, dass die Transfersperre wehtun wird hier bei die Bayern. Wo mangelt's? Ich würde schon noch zwei Spiele holen auf einer Position. Mittelfeld zum Beispiel. Das wird dann eine letzte Chance werden. Oida. Wenn überhaupt. Denkt sich bei dem Spielstand, Chester. Ja. Oh mein Gott. Ich merke gerade, dass ich ganz jetzt keinen Sound habe. In der Mitte der Mitte der Mitte der Mitte ist. Oh Mann. Okay.